Wir stehen hier bei der Firma Hering in Brattelen. Im Hintergrund sieht man das Bäuergebäude der Firma Hering. Die Firma Hering wird noch bis Ende 2012 im Brattelen sein. Dann ist der grosse Umzug nach Eiken, wo der Neubau schon heftig am Tue ist. Das Profil, das man im Hintergrund sieht, weist hin auf die Varialsüberbauung, die ca. im Jahr 2013 losgehen wird. Der Rückbau der ganzen Gebäude wird von Januar bis Sommer 2013 von der Firma Hering noch realisiert. Hier im Brattelen läuft die Produktion noch auf Hochtouren. Hinter mir sieht man schon Teile, die für den neuen Bäuerbau in Eiken vorgefertigt sind. Und jetzt gehen wir zum Neubau auf Eiken, der schon voll im Gang ist. Im Hintergrund sieht man den Neubau der Firma Hering, der schon relativ weit ist. Auf der linken Seite sieht man die Werkhalle, in der die Holzfassaden bereits montiert ist. Auf der rechten Seite, gerade hinter mir, ist der Bau so weit bereit. Im August wird dann der Bäuerbau hochgezogen für rund 50 Mitarbeiter. Wir blicken hier in die Werkhalle hinein, mit einem imposanten Messe von 40 x 120 Meter. Auf dieser Fläche kommen dann die Maschinen hinein, für die Fertigung unserer Holzelemente. Der grosse Umzug ist im Dezember 2012 geplant. In Etappen werden wir unseren Neubau beziehen, der so aussehen wird, wie man es in der Visualisierung sieht. Dezember 2016 Kanadieren